Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben, haben ja die erste Nacht in Dying Light verbracht und haben festgestellt, dass wir absolut keine Chance haben gegen die Nachtschatten. Und ich habe letztens übrigens nichts gekauft, sondern alles verkauft, was ich hatte. Äh, ich glaube, dass wir das aber noch ändern können. Ja, ich möchte handeln. Kaufen. Äh, Rückkauf. Oh, schön. Das ist alles nicht mehr da. Ihr seht, es gibt, äh, verschiedene Waffen. Aber ich will was kaufen und nicht verkaufen. Außer die Wurfstern, die brauchen wir nicht. Und es gibt auch relativ gute Waffen. Hier seht ihr ein schlichtes Rohr. Oder ein Franzose. Klauenhammer ist auch nicht schlecht. Der Schaden ist aber ganz schön minimal, ne? Egal. Ja, für all diejenigen, die übrigens die letzte Folge oder noch gar keine Folge von Dying Light gesehen haben sollten, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr draufklicken könnt, um euch die Folge anzusehen. Zumindest, wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt. Ähm, und wir werden jetzt die Mission abschließen und danach für Bracken die Medizin besorgen. Bracken? Also echt? Ja, wir brauchen Antizin. Aber von Reis kaufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, Mann, ich geh hin. Ich hab keine Angst. Auf keinen Fall. Das Thema ist durch. Ist es nicht. Du hast einfach entschieden, dass ich... Ich geh. Ist das dein Ernst? Tja, dieser Reis hat mich noch nie persönlich gesehen. Ein Neuanfang, okay? Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Willst du das wirklich tun? Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht. Also, wir haben hier Reis Basis. Finde raus, was das Zeug kostet und komm halt zurück. Okay. Besorgen wir jetzt die Medizin für Bracken. Äh, dazu müssen wir aber eher... Wo kann ich nochmal das mit den Missionen eigentlich machen? Quest hier, Muttertag. Da müssen wir aber erst zu Garzi und dann müssen wir drei verschiedene Missionen erfüllen. Ähm, das werde ich dann noch machen. Wir können erstmal ein Medikit herstellen. Will da gar keine. Schade eigentlich. Wachtmeister. Okay. Was ist das? Spaßbremse. 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 Zwei Handhammer. Okay. Schade. Wir haben leider nicht genug Metallteile. Egal. Dann werden wir uns jetzt mal kurz auf den Weg machen. Äh, um, ja, zu Garzi zu gelangen. Wir können mal sehen. so leute also das sind drei hintereinander für eine mission glaube ich eine zusammenhängende wenn man so will aber wir müssen zu drei verschiedenen bereichen erstmal gehen wir zu gar sie aber wir brauchen natürlich erstmal noch zeug kurzes messer das ist nicht effektiv und in einer folge ich tue es war als unsere einzige option ist wir brauchen reis antizin sonst werden ich lasse uns in ruhe reden wenn ich mit dem antizin zurück bin ja aber ich kümmere mich erst mal um die zombies okay es ist nur noch einer muss nur aufpassen weil wie gesagt die können einen umzingeln das geht schneller als man denkt aus metallteile können wir unter anderem ja natürlich erstmal unsere waffen reparieren und zum anderen ging da noch was anderes also zum beispiel könnten wir dadurch die triche herstellen die wir natürlich brauchen so jetzt sogar sie ich muss die zeit natürlich auch im augen behalten ich möchte die folge aber heute auch nicht zu lang machen so wie geil ist das denn ich habe den gerade gar nicht bemerkt ja die haben auch immer sehr gute sachen ich nehme eigentlich alles mit was wir so brauchen was hat er eigentlich für waffen maurer hammer verkaufen wir haben übrigens wo sterne selbstgebaute granaten die sind sehr gut gerade später wertsachen wir haben gar nicht so viel geld waren was bringt noch nicht so viel okay ich werde mich beeilen wenn wir gar nicht zu lange brauchen und sogar sie zu gelangen weil ja das antrags brauchen natürlich unser anführer ach ja stimmt jetzt geht es gleich um die wurst weil ich glaube wir mussten durch den tunnel alter 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 ich muss mal kurz die wasser reparieren okay ich will jetzt da gar keine zeit für verschwenden das problem ist wir brauchen zu lange keine zeit na wenn er das ja die film reihe 28 tage später kennt ja da gab es auch so eine ähnliche stelle ich weiß es ist ich weiß warum habe ich ihn gerade schon wieder die wasser gewechselt ja das das Ja, das ist meine stärkste Waffe. Ich sollte die eigentlich noch gar nicht brauchen. Aber leider geht es hier gerade nicht anders, weil ich sonst nicht weiterkomme. Ich kann leider noch keinen starken Angriff machen. Guckt mich nicht so doof an. So, da sind wir auch schon. Und Gazi war irgendwo hier. Nee, es war hier. Ich glaube, hier war es. Nein, das wollte er als einziges hinmachen. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Also, mach Mama lieber happy. Gazi? Ich auch. Wir haben denselben Namen. Bist du von der Videothek? Nein, ich heiße Crane. Crane? Das räumt sich auf Crane und Dane und Zane und Lane und Main und Nane und auch auf... Darf ich reinkommen? Nein, nein. Das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Heute ist mein Tag mit Mama. Heute ist Muttertag. Und das ist der wichtigste Tag in der Welt. Bist du von der Videothek? Warum fragst du das dauernd? Weil du mir meinen Film über mich bringen solltest. Er heißt Charlie. Und handelt nur von mir. Und wie clever ich bin. Gazi, wenn ich dir den Film bringe, lässt du mich dann rein? Logo. Dann könntest du mitgucken. Heute ist Muttertag. Und wenn Mama nicht happy ist, ist keiner happy. Oh, und sie will Schokolade. Mama will Pralinen. Nee, nee. Das ist jetzt echt so viel. Keine Diskussion mit Gazi. Bringt nichts. Haben auch die in der Apotheke gesagt. Okay. Das war jetzt die Sache. Die dauert auch am längsten. Okay. Ich muss mich dann mal umgucken. Weil, ja. Das wird noch eine geile Sache hier. Okay. Wie weit ist es danach weg? Sterne des Schmerzes. Was ist das hier? Equipment. Um 10% die Lärmpreise reduziert. Ja, das ist erstmal schön. Mehr Ausdauer wäre natürlich noch ein bisschen besser. Ich werde hier gerade von Zombies betatscht. Okay, die kann ich nicht reparieren. Wir machen jetzt erstmal das, was näher ist. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was näher ist, aber ist auch egal. Da ist ein Krankenwagen. Okay, wartet mal. Okay, das will zu gut. Ich glaube, ich muss nach oben. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass man hier irgendwie anders reinkommt. Da kommen wir nicht rein. Okay, da kommen wir leider nicht rein. Das war ja eine Mission, da war das ja richtig doof. Und ich glaube, dann fängt es da an zu klingeln. Der hat einen Schlagstock. Hau an, mir rumzuknallen. Ich bin kein Schnitzel. Oh, willst du mich gerade verarschen? Wie kam er denn da nochmal rein, Mann? Ich weiß es nicht mehr. Oh, willst du mich... Ey, das ist doch heute einfach nicht mein Dach. Wenn ich den schon versucht habe, warum zeigt mir der mir das denn trotzdem weiterhin? Oh Mann, hier sind zu viele, Mann. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Verpisst euch einfach mal. Ja, ist... Ey, Alter, was hält der bitte aus? Ich kümmere mich erst mal um die Zombies. Also... Das geht gerade gar nicht hier. Spannende mich. Spannende mich. Oh, willst du mich... Du verdammter Mistkerl, alter. Meine Fresse, nicht jetzt! Okay, wir sind drin. Charlie, Charlie. Zevi, Charlie. Ja, Zevi, Charlie. Der war gut. Ah, da. Ah, hier. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch die Pralinen und dann haben wir es fertig. Kannst du auch bitte springen? Danke sehr. Danke. Wir gehen jetzt zum Bahnhof. Hier gibt es sehr viele Koffer, die man plündern könnte, wenn man wollte. Ich sage jetzt aber nicht schon wieder... Oh! Er will sich mich verarschen, ist ein Händler. Ich war einer der Typen im Schutzanzug. Team 4. Zwei Tage, bevor die Stadt gesperrt wurde. Wir sollten von Haus zu Haus gehen, nach denen zufriedenig krank waren. Also haben wir an die Tür geklopft und manchmal hörten wir eine menschliche Stimme. Und dann sind wir rein. Aber es waren Kranke, tobende Irre. Nur ihre Stimmen klangen täuschend normal. Manche von ihnen waren nicht allein. Die Anzüge sind ziemlich robust. PVC mit verstärkter, zweischichtiger Polyphase-Einlage. Wir dachten, wir wären sicher. Aber die Beißer haben sich da einfach durchgemissen. Ab und zu sehe ich alte Teamkameraden umschlopfen. Ich nehme an mir und sie so zu sehen. Aber weißt du was los? Witzig ist, dass du die ganze Zeit weiter laberst, obwohl dir keiner zuhört. Also, ich glaube, wir konnten... Ja, wir mussten da ganz oben. Danke. Na, was war denn das? Ach, Mann, ey, das ist so nervig. Das ist nicht so cool, aber wir haben es nach fast ganz oben geschafft. Boah, und ganz oben ist nix. Das kann doch nicht so einfach sein. Ach, ich wusste ja, die Schub... Die Jalousie, oder was es da ist, muss ich da... Oder die Rollladen läden. Na, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, die musste ich aufmachen. Och, Mann, das ist kacke. Ja, okay, das war's tatsächlich. Da sind die Pralinen. Und jetzt schnell zu Garzi. Und dann bringen wir noch die Medizin... Äh, ja, zur besagten Frau. Und dann haben wir es geschafft. Ey, war das nur auf dem Zug? Ihr fährt aber keiner mehr. Da war leider nicht mehr viel drin in deinem Hirn. Achso, da war gerade eine Tasche. Oder gleich mehrere, besser gesagt. Eine Statue. Oh. Ja, die sind auch ganz... Obwohl, waren die wichtig? Ich glaube nicht. Aber das ist ja erstmal völlig egal. Ein bisschen Kaffee. An der Zombie-Brust rumgespielt. Und nun geht es weiter. Der Zombie war auch gerade voll witzig. Der hat ja mitten in der Luft geschwebt. Da kommen wir nicht lang. Okay. Wie bin ich denn jetzt hier? Hä? Oh, das kotzt mich gerade an. Karte, Karte. Oh, ich bin total falsch gelaufen. Oh, nö. Ne, jetzt habe ich gerade keinen Bock. Das machen wir dann am besten danach. Da haben wir nämlich fast eine halbe Stunde gespielt. Naja, fast. Eigentlich sind es eher 22 Minuten. Das ist so ein komischer Typ. Der ist ziemlich schwer gepanzert. Oder hält ziemlich viel aus eigentlich. Ach nee, jetzt musste ich ja... Ach, das war ja... Eigentlich kamen wir dann auch anders zur Hütte. Das war da. Ja. Okay. Also, das geht nicht. Das ist jetzt ein Ding. Da muss ich nämlich eigentlich... ...bei der, äh... ...Straße oben hin. Oh, das hat Ewigkeiten gedauert, da hinzukommen. Oh, nö. Ja, sorry, Leute. Das ist jetzt hier heute ein Hin- und Hergerenne. Kann ich gerade nicht ändern. Weil der macht nämlich die Türe nicht auf. Das kann ich euch sagen. Das hat sich bei mir eingeprägt. Aber wie ich da jetzt hochgekommen bin, das weiß ich halt nicht mehr. Ja. Ah, okay. Wir können auch über das Lagerhaus darüber. Das ist natürlich auch gut. Okay, das haben wir offen. Medikit ist immer geil. Also, kann ich euch deswegen nur empfehlen. Okay, hier haben wir auch offen. Gucken, was wir kriegen. Ah, gleich zwei Stück. Das ist gut. Es gibt auch Militär, äh... Medikits, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt schon kriegen. Ich glaube, das kam ja später. Ähm... So. Genau. Dann kommen wir nämlich eigentlich genau nach da. Ah, und dann sind wir schon... Kann man sagen, fast bei Gazi. Könnte man sich nochmal ducken. Ach nee, willst du mich jetzt verarschen? Ach, das ist doch kacker gerade. Wie komme ich denn jetzt nochmal zu Gazi, Alter? Das ist... Ach, nö. Ach, ja. Stimmt. Ich bin fast da. Und es war so kompliziert, Mann. Das... Ja, du willst mich jetzt... No! Oh, ho, ho, ho. War das knapp. Oh, ho. Ah, shit. Das wäre jetzt ein einfacherer Weg, als wenn ich jetzt... Das anders gemacht hätte. Okay, ich habe mich jetzt zwar übel verletzt, aber das ist mir egal. Okay, das ist... Was? Okay, jetzt müssen wir erstmal... Oh, du sollst die nicht wegwerfen. Mann, eh. Polizei-Schlag-Stock. Och, nee. Musste ich erst... Och, nö, Alter. Das ist scheiße. Das ist mega Pisse jetzt gerade. Jetzt kann ich... Och, Mann, ey. Musste man wirklich erst mit den Leuten reden? Jetzt kann ich den ganzen Piss nochmal machen. Ja? Hier, dein Film und die Pralinen. Oh, da wird Mama sich aber freuen. Ein Hoch auf Kasi. Oh, ja. Okay, dann muss ich wohl durchs Dach. Ey, das ist so Pisse. Ich sag's ja. Jetzt kann ich den ganzen verdammten Weg nochmal hoch. Willst du mich verarschen? Wisst ihr, das sind so Sachen, das ist... Och, nee. Ich kann auch in der Zwischenzeit erstmal was entwerfen. Und zwar Medi... Was, nur ein Medikit? Nicht euer Ernst. Och, Mann, ey. Das ist so doof. Ich meine, ich komme ja relativ schnell nach oben. Das ist ja jetzt kein Problem. Weil das jetzt halt so komisch gemacht ist. Okay, dann haben wir es ja fast. Okay. Da kommt er komischerweise nicht ran. Weiße, nochmal das Ganze. Wir machen wieder den verkürzten Weg. Das ist einfach mal ideal. Das ist einfach mal ein bisschen anders machen können. Wäre cooler gewesen, wäre ich von vornherein schon aufs Dach gesprungen. Ach, nicht vornherein, sondern... Ach, Mann. Man hätte da gleich reingekonnt. Ich labere gerade den Müll zusammen. Ach, ja. Stimmt. Und wie man sieht, er ist ziemlich gut vorbereitet. Er hat einiges an Wasser. Ich werde aber erst mal alles plündern hier. Okay, Garzi sitzt wahrscheinlich am Fernseher. Hallo, Garzi. Psst. Der Film läuft. Mama will zuhören. Ja, wirklich schöner Film, Garzi. Der gefällt mir. Der hat sogar ein Diplom. Komisch, oder? So. Also ich gehe jetzt nur noch zu Lena und dann haue ich ab. Äh, dann mache ich aus. Ach, Mann, nee. Ich muss jetzt wieder übers Dach, wa? Bin ich jetzt gerade voll behindert? Oh, wo bin ich denn hier? Ach, genau da. Ey, muss ich mit denen nochmal reden? Für was bin ich? Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, Leute, ich spiele schon eine halbe Stunde. War mal anstrengend, eine halbe Stunde. Geht's mal an. Ja, ich spiele schon. Hey ihr Kleinen, habt ihr Spaß? Und tschüss. Nein, jetzt bin ich auch noch tot. Wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich hier hinten. Es gibt hier nämlich noch einen Marktplatz, den bin ich wahrscheinlich... Ja, den habe ich vorhin wahrscheinlich übersehen. Ist mir jetzt egal. Und da gibt es sehr viel Loot in dem Gebäude. Aber ich komme da ohne weiteres nicht hin. Oder wenn, sehr schwer. Jetzt haben wir das ja fast geschafft. Hey Jungs, habt ihr Hunger? Ich habe leider meine Brötchen vergessen und mein Sandwich. Knappert woanders bitte rum. Gut, dann sind wir schon da. Jetzt gehen wir nur noch das abgeben und dann ist die Folge auch zu Ende. Ja, hallo heute. Wir haben es ja fast geschafft. Ich bin völlig fertig. Aber bei mir ist es nur schon drei Uhr morgens. Das ist bei meinem Urlaub. Da ist er, ja. Ich habe die Krampflöser. Ich habe die Krampflöser. Wie hat es mit Gazi geklappt? Er mag zurückgeblieben sein, aber er weiß, wie er kriegt, was er will. War seine Mom auch da? Ja. Sie kam mir happy vor. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Apropos, Bracken bat mich, dir das hier zu geben und dir zu danken. Das mache ich doch gerne. Ja, ihr seht, sind doch einige Leute krank. Und ich würde mal sagen, wir werden, ja, auf jeden Fall bei unserem Zimmer oder, nee, beim Fahrstuhl werden wir weitermachen. Auf jeden Fall hat mich es gefreut, Leute, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr bei einem Abo, einem Like oder einem Kommentar, auch sehr sehr freuen. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also, bis denn und tschüss.